Grüß euch Leiden und willkommen zurück zu Frostpunk. Wir steigen gleich ins Spiel ein. Das ist ein Video 4. Load. Ah, unglaublich, unglaublich, unglaublich. Ich habe die letzten paar Stunden gespült. Ne, paar Stunden sind die letzten zwei und halb Stunden. Damit wir die weiterbringen. Wir sind kurz vor einer Significantly Temperature-Drop-Dingung. Und wir haben eine neue... Machen wir Field Kitchens, ja. Das hilft uns für die Kälte jetzt. Okay, das braucht Platz. Ich wusste nicht. Ich weiß nicht. Das ist alles blöd. Okay, dann mal den auflösen. Dann mal den auflösen. Dann mal den auflösen, jawohl. Jawohl. Einander Theft. Ja, Faith Keeper. Let's go. Oh! Faith Keeper murdered. Was beaten to death whilst investigating a theft. We called one of the thieves, but he's not a murderer. Give him a chance to repent. We are together again. United. No matter the cost. We couldn't let the Londoners leave. We did the right thing. Ja, man. Personas mit den Gonsen haslander. We won't be divided. The Londoners have been brought back into the fold. Nobody wants to leave the city anymore. Okay. We've won a hard fought victory over those who tried to tear us apart. Good. Together we are stronger. Okay. Keine Londoners mehr. Das hilft. Field Kitchen. Das ist perfekt, ja. Das ist perfekt, ja. Warum kuchen wir nichts? Da haben wir noch Tomaten drauf. Okay. Jetzt machen wir aber endlich Food. Hot House. Und wir gehen direkt, komplett, runter. Hüpp. Vorher machen wir gerade ein paar Upgrades. Ich sage immer Sachen. Und dann habe ich mich anders entschieden. Wichtig. Okay. Ähm. Den Wall Drill haben wir in der letzten Episode noch geschafft. Ja. Gut. Der Frozen Pond hat erreicht. Es ist nichts hier. Gut. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Von dem Playthrough. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Schauen wir mal, dass wir es einen Monat vorher machen. Okay. Es ist... Scheiße gehört, ja. Und wir haben zwei Kinder. Einen Ingenieur. Der was immer... Der was sich darum kümmert, dass alles repariert ist, ne. Und dann... Ja, gibt's euch das. Es ist alles wunderbar. Und das Range Upgrade ist auch durch. Ach. Nicht durchsendlich. Power Upgrade. Okay. Gut. Schauen wir schnell, wie kalt sind wir. Ziemlich kalt eigentlich. Naja. Dann... Machen wir heute dann... Das Upgrade noch. Range Upgrade. A grumpy old man. Sir. A crowd has dragged an old man from his house. They are going to force him to submit to the public penance. Was? Was? Okay. Disperse the crowd. Digger. Was soll das? Das sind keine Barbaren. Wir leben comfortably. Beim Wissen akkondert. There is nothing to akkondert anymore. Gut. Man, es ist... Es ist kalt. Und... Oh, es ist aber super, girl. Time to rest. Remember those who are... We sind fully mit hoher. Okay. Okay. Wood. Wir schauen mal aus. Ja. Ja. Absolut. Nice. Muss ich mal sagen. Unexpected guess. A group of exhausted survivors has reached a city. Keeps being repeated. Wir haben die Eiszeit. Da ist ja... Da fangt so. Gut. Also dieses Monat wird das letzte, äh... Das letzte in dem Playthrough. Okay. Wir schauen hier. Oh, und jetzt tauchen wir die Range. Max Range. Einfach... Unglaublich. Ähm... Das ist alles okay. Gut. Wir kümmern uns um Hot House. Wir wollen... Bis oben. Go to work. Lord be with us. As we labor today. Hot House researched. Wie gesagt, mit drei ist das so gut. Wir haben richtig viel. Groups. Groups. Äh... Jetzt kämen wir zumindest deine Hand. Und jetzt bin ich so richtig früh. Lrrr. Kann ich... Ich werde einfach da oben wissen. Kann ich nicht. Oh, was ich kenne, ist ein large Deposit und aber kleine Na Die Hunters hat es dann im Weg Da gibt es nicht, wir haben so viel Food The Captain's voice Sir, our people are fighting A crowd of believers gathered in the streets to discuss the new law Came to blow, Sir Captain, is the voice of truth Hmm, this content is sehr hoch, Gott Nevermind Gut, die können wir auflösen Disband A moment Die haben doch gesagt, wir sollen irgendwo was suchen, aber ich weiß nicht wo Refugees Ah, ok Ähm Gut, wir haben, wir kriegen So viel, es ist unglaublich Ihr seht, wie früh wir sind What Wie weit geht die Ranger jetzt? Ah, ewig Ok Na dann, bereiten wir uns auf die neuen vor Da konnten wir noch ein paar, da bauen wir sogar noch ein paar Ding hier Ein paar Medical Posts Wenn man Das geht ab, oder? Hothouse insulation Weil das Hothouse ist von Haus aus Ich bin witzig Ich bin witzig Running from the storm A huge ton of people has reached our city Many of them are sick There are Some kind of enormous weather anomaly is coming our way We would have never survived it Thank you lucky stars Please let us in Sicher Sehr gut, ich höre aber zufällig gerade die Ding baut Sehr gut, ich höre aber zufällig gerade die Ding baut Go to work Lord, be with us As we labor today A tip from a believer Captain, a woman told us that she overheard her neighbors talking about holding food and other supplies Good 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 Waiting Die Nächsten Refugees, okay, ich hoffe ich habe genug Häuser. Ich meine wir haben definitiv genug Kohl für eine lange Zeit. Build two field kitchens, woops. Ich habe gesehen da links unten, build two field kitchens. Und wo? Ich habe es auch nicht. Gut, und nachdem wir jetzt das Hot House haben, 60 raw food per day. Drei von denen kann ich weg da, okay. Wir lösen alle Hunters Harz auf, oder die meisten. Gucken. Okay. Hot House. Cemetery. Es sind drei Personen. Achso, muss ich es umrollen. Dann... Das ist ein Haufenfuß. Und es ist 24 Stunden. Und wir sind... Nie Capacity. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin. Wir machen Resource Depots einfach. Wo geht... Wo geht... Wir erforschen... Hot House Installation. Und... Faith Field Kitchen in der Nähe. Schrein. Was scheint immer. Schrein geht immer. Schaut den aus dem Feldkitchen. Na, wie soll. Today's labor ist done. Thank you Lord. So, we are holding an evening prayer this afternoon. Plenty of people are here. They are praying. They are also talking and laughing. I haven't seen anything this heart mending in our city in a long time. I am glad to hear that. So, Field Kitchen, ah, da ist die Field Kitchen, zack, wir gehen bei den nächsten, die nächsten Teile, Automata 1, die zweite Waffe, eine große Gruppe der Flüchtlinge, in sogar schlimmeren Konditionen, letzten Letters, North, okay, everyone is welcome, it's a problem, but, okay, wir haben Purpose, wir haben da irgendwo House of Healing, wir dürfen keine Stirn haben, wir haben 49 without homes, obwohl ich so viel gebaut habe, ach du Scheiße, okay, tut Zeit, dass wir da ein wenig ein Health Center aufbauen, mit einem Schrein, und dann Steam, äh, Steam Hub, hat der passt, ja, und dann eine Field Kitchen, damit sie ja netter fühlen, wo ist die Field Kitchen, wo ist die Field Kitchen, Das ist ziemlich schützhaft, meine Freundin, Gut, das ist so eine D2 Auflös, kriege ich da vielleicht irgendwas Gutes hin, nämlich, ja, Fighting Arena, das ist schon zu, eine Field Kitchen, die nix hilft, wunderbar, Das da hilft auch immer, ja, das stellen wir mal ein bisschen ne, es hilft ja nix, es tut mir voll leid, das ist voll wenig red inzwischen, aber es ist schon, äh, soviel so mitdenken, und es wird da bald einmal Frostpunk 2 aus, die können wir, by the way, So, und da bauen wir jetzt nur ein Steam Hub, der Olle aufharzt, Okay, let's go, Braucht mir ehrlich gesagt nichts, oder? 24 Stunden lang, Wo brauchen wir das? It's boiling hot! Wenn's boiling hot war, it's uncomfortable, because it's too hot, look! Automaton hergestellt, jetzt können wir endlich, ja, wir machen da einen Haufen Food, Food, Raw Food, Automaton Nummer 2, wir kochen, was das zeigt wird, Ich hoffe, wir kriegen alles, gehalt. Haben wir amputees? No. It warms the soul. They have sent the delegation to thank you. Okay. Glad. Oh, 500 Personen! Unglaublich! Ähm, jetzt war ein Hot House. Machen 6 pro Stunde. Wie schauen wir mit dem Food aus? Okay, wir erzeugen über, das ist gut. Untreated. Deaths. Zero. Warum seid ihr auf 120%? Ah! Working in the Shrine! Okay. Okay. Ah, es ist, es ist der Kase, es ist ein bisschen lang. Wenn ich jetzt einfach weggehe, für eine Stunde, wird wahrscheinlich auch nichts passieren. Wir sollten researchen, anstatt quatschen. The Houses will be warmer! Yeah, well, that's, that's perfect, isn't it? Discontent is rising? Was? Wo? Ja, wir, wir haben so viel, wir haben so viel, so viel Call. Na, wie ist das? Ah, Schatz! Oh, Da machst du uns eine? Für mehr Call, ne? Oder wir machen jetzt immer eins für Stil. Oh, sie sind, genau, Plastoren geworden. Medical Post Upgrade. Wir haben noch nie Stil gemacht. Gibt's, gibt's ein, extrem, Advanced Steelworks, schon, ja. The third wave, and the biggest one, I presume. The Great Frost is coming. Sixty people, fucht sich gravely. Oi, oi, oi. What looms ahead? Sir, we can now clearly see the, uh, where they were running from. Mhm. We have to prepare. Prepare. Um, transport, transport. transport. Wo sind die? Ich glaube, da kommen welche. Okay, wir warten noch auf das. Ja, wir haben einfach zu viel. Health Care Installation. New Workday Starts in the name of God. Captain, a woman has told us another neighbor's talking about food hoarding. Okay. Okay. and the bleders to some stone supplies. Nice. Machen wir in Fermiary. Die machen wir, da, daneben hier. gut, wir brauchen eine neue Faith. Es hilft nichts. Let's go. There will be blood. Roughly a quarter of our people are determined to fight. Okay. Ich bin nicht bereit. Disagrements between people who face deadly threats every day. House of pleasure, kann man machen. Oh my. Excerations for the ill. Hill. Infirmary. Mechanization. Here. Infirmary. Um. Buhi? Einer reicht. Einer reicht. Einer reicht. Gut. Zehn Personen. Mit extra rations? 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 Alle. Okay. Machen Sie hine. Schnell. Gut. Wir haben minus 50 Grad. Over genug coal, das muss ausgleichen. Wir haben sogar noch Sachen, wo alles leer ist, sehr gut. Meine Freunde, ich glaube, das ist das Ende. Weil er sagt, dass ich bin nur mehr am... Da haben wir extrem viel Steam-Kurs, ich konnte alles upgraden. Ich hoffe, alles schön. Jawohl, alles schön. Wunderbar. Das ist mein Health-Care, komplett. Ja, kann ich nicht, aber ich kann... ...stall das. Runaway child. She's a big girl, but she was always very impulsive and she scares easily. Equip him for the journey. We're homes. We're homes. And now I want to see how there's something here. I can't do it anymore. Yeah, and that's what we've already seen. We have no Amputation, by the way. We don't have enough resources. We don't have enough resources. Also, ganz ehrlich, I think the car is a bit, my friend. Beacon. Okay, that's a new product. Okay, let's do that. Let's do that. Let's do that. Brace yourselves. All that is coming. Ummm. It's a ticket. All efforts to healing those required quickly at the cost of sacrificing more severely ill. Nein. I'm bombing her with a chaos. Everyone, new law is signed. Yeah, yeah. Minus 70 grads. Okay. Ähm. Yeah, that's a great problem. Not at all. Oh, there's a field kitchen. Oh, there's a field kitchen. There's a Marzen. Gibt sich die Amount of... Of food, die wir haben. Das ist so arg. Wir haben immer nur... Immer nur... Immer noch nur ein Kokos. Prepare for the storm. The scientists couldn't believe their eyes. But they've double and triple checked their calculations. Yep. Hunting will be impossible. The plants in the hothouses will freeze. Everyone left of such a city will perish. Okay. Hot houses will freeze. Gut, dass wir sie jetzt haben. Das heißt, wir gingen auf. Flying Hunters. Endlich. We cannot not have any food. Recall all score teams and all post teams. Das sind überall survivors. Oh no. Okay. Das wird das super finale fürs Ende vom Video. Ähm. I should have known. Oh, was? Nehmt die Sonne. Wir brauchen nur A-Team. Schnee. Ich hab Boosted Scouts letztendlich noch nicht gemacht. Aaaaaah. Okay. Abort. Abort. Wir brauchen mehr Scouts und dann dann muss ich boosten. We call all Scouts and Outpost teams. Aber ich kann doch nur zwei machen. Das ist irgendwie weird. Warum ist das? Das kann nicht sein. Wir müssen Food stockpilen. Das kann nicht sein. Passt. Und. Mehr Speed. Dann brauchen wir mehr Hitze. Und. Unglaublich. Meine Fans. Haben wir noch einen Atomaton? Ja, wir haben noch einen. Available. Und. Ok. Overdrive Couplings Gather at least a week's worth of food 10,300 food rations How much are already? Good, we need to upload Recall all scouts? Disunrecalled Also Jetzt war das Video eigentlich vorbei Ah, vielleicht machen wir nur ein Video Vielleicht machen wir nur ein Video Ja, ja, ho Ding, bla bla Und wir beginnen uns quasi Ja, wir bereiten uns quasi darauf vor, dass der Sturm kommt Und wir werden die alle drei noch retten Und uns einverleiben Ich hoffe, wir können uns auch heilen da vorne Wir werden da einen Haufen Dinge ausbauen Die zwei werden wir anbauen Ja, ok, wir machen nur ein Video Habe noch voll hart, dass wir nicht aufgehört haben Aber, ähm, hilft nix Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen Lasst doch gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat Lasst doch uns ab, dann seht ihr nichts wieder einschalten Wollt's Zum WD-Rionty Channel Die Indox-6-Uhr-Video Lasst mir gerne einen Kommentar da Ich lesen mir gerne alle Kommentare durch Und wir sehen uns In Video 5 Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend Oder Tag Je nachdem, was ihr seht Und Fertig